ARD Text im Auftrag von Funk Quasi wie Seichhörnli, ich schäffle im Sommer Geld und lebe davon im Winter. Ich habe natürlich schon jung angefangen, die Vorsorgebeiträge einzuzahlen, damit ich heute davon profitieren kann. Ich bin ein bisschen ein Buchalter-Typ und das habe ich eigentlich immer einen recht guten Überblick. Ich habe meine Übungen endet und habe meine erste Platz als Architekt. Deshalb kann ich endlich beginnen, Geld zu nehmen. Hast du jetzt noch deinen ultimativen Spartipp? Fair bleiben auf dem Spielfeld, weil eine rote Karte könnte sonst dünn werden. Es muss wie wir arbeiten, 55 Stunden pro Woche. Der Pilot hat nicht viel Zeit, um zu spenden. Wenn ich in den Design-Laden gehe, gehe ich in der Regel mit dem Lehr-Fortmann hinein, weil das Schauen ist gratis. Niemand erhebt die Saison-Ferien. Am Wochenende nicht in den Ausgang, sondern auflegen. Und ich spare mir in diesem Sinne Eintritt und Getränke. Ich schaue immer die öffentliche Transporte, die mehr als eine Machina kosten. Und dann habe ich ein Mädchen. Schauen, dass es Ende Monat nicht auch Ende vom Lohn ist. Denn das Leben bringt dich immer ausserordentlich. Das ist Ende Monat. Die Saison. Das ist Ende Monat. Das ist Ende Monat. Vielen Dank.